Wo laufen die hoch? Scheiße. Na, 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 na. Die laufen, wo ist, wo ist hier? Setz mal bitte, einer hier so einen Block hin hier auf. Hab ich schon. Okay, läuft schon rum. Läuft schon wieder normal. Dann müssen wir nachher einen Lift reinklatschen. So. Also von mir aus. Warte, ich hab mal was. Ich hab doch jede Menge. Spart, spart, ne? Warum? Ja, am Anfang kommen nicht so viele durch. Die können wir auch mit Pistolen und so platt machen. Not. Ah, mit Tab kann man einen Ort angucken. Ja, da kannst du auch noch ein paar. Wenn wir so einen Lift haben, können wir uns dann beamen. Ich will ja auch einen Telelift haben. Ach, ne, doch hier oben. Also wenn ich ehrlich bin, hab ich irgendwie noch nicht so richtig den Sinn vom Spiel verstanden. Warum? Ja, weil das gut ist. Weil können wir uns hier, ähm, von den Punkt, können wir uns dann, ähm, beamen bis zum Startpunkt. Wir können uns beamen? Ne, das sind Dinge, wo man hoch oben geht, Telelift. Ja, aber du, du hast einen Beam-Punkt, verstehst du? Hier ist kein Beam. Drück mal Tab. Kannst du dich beamen, nach Hause, im Endeffekt. Okay, nach Hause gehen. Kannst du dich auch hier wieder in beamen. Okay, okay, okay. Sehr angenehm. Mach dir weiter, Wollt, ich beam mich hier durch die Gegend. So, wenn ihr ready seid, Enter drücken, ne? Moment. Ich stelle mich jetzt schon mal hier hinterher, die kommen da hinten aus der Höhle raus. Wo ist da hinten? Wie komm ich jetzt da oben hoch? So wie ich gerade gelatscht bin. Tricky hier an der Seite lang, weißt du, hier. Ich hab kein Geld. Bitte wupp, bitte wupp, bitte wupp. Du kannst betteln, was du willst, ich hab kein Geld. Bitte wupp, bitte wupp. Drückt der andere raus? Ich hab nichts mehr. Warte, Mick hat bereit gedrückt. Face hat irgendwie kein, äh, kein Name. Ja, ne? Der ist voll der Chica. Ja, weil er so einen komischen Namen bestimmt hat. Ich weiß das ja gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Ich weiß auch nicht, wie machen wir das, was sie sagen. Face, ich baue Blöcke und sowas und du baust da einfach irgendwelche Turme rein. Ich baue, okay. Ich baue, sag mal, wie? Du wählst das aus mit dem Mausrad und dann, äh, Hedzi, drückt mir den Maustast auf so'n Block. Ja. Wir chillen hier erstmal, ne? Du bist blau, welche Farbe habe ich? Äh, grün. Äh, grün? Ja, sie ist noch gerade, da weiß ich. Ich weiß gar nicht, was Face hat. Face hat rosa. Oh, schön. Och, Face, wie süß. Ja, Face, du hast kein Geld mehr. Du hast nur noch einen 10er, also lass einen. Ja, was habe ich mit meinem Geld gemacht? Ja, ich bin das geil. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Turme auf die Werke oder so. Ja, wollte ich gerade sagen, ist ohnehin gegangen, oh, was ist das denn? Oh, ich kann hier drücken. Wie sieht der Upgrade, Upgrade? Ja, denke ich auch. Ja, stimmt. Ja, du kannst mich auch von den anderen upgraden, wie beschissen. Das haben sie oft gesehen, Upgrade. Ja, da haben wir hier. Okay, ähm, wollen wir? Wie kann ich meine Waffe oder so, wie kriegt man eine Waffe? Ja, bekommst du gleich, jetzt los geht's, wenn die alle ready sind. Wie, wie kann man hier, ähm, Dings? Wir sind mit dem Gerot drücken. Geh oder was? Enter, Tate. Macht ihr denn da? Ja, ich bin mir jetzt bereit. Schon bereit, Face hinterdrücken. Oh, ich sollte mal meine Waffe, okay. 1, 2, 3 ist das, ne? Also sind die ganz im Waffen. Sniper kannst du zoomen mit der rechten Maustaste. Und immer da rausschieben, wo es glänzt. Ja. So, das war's schon. Was ist das für ein Quatsch? Boah, ich hab... Ich hab... Wieso hab ich so viel Knöte? Oh, ich hab die scheiße Friob-Bistode mitgenommen. Kannst du gleich das hier, ich wollte mitnehmen. Wie fährt man die Blöcke hoch? Automatisch. Ah, okay. Wie gesagt, ihr könnt jetzt auch ein Waffen-Upgrade machen, ne? Aber macht nicht zu viel. Da hab ich schon von der Hauser sehen, welche ich ihn macht. Shift-Links ist das, glaube ich. Dann wechselt ihr das Menü auf der linken Seite. Kommt ihr zu den Waffen. Dann könnt ihr da Upgrade durchführen. Wie viel's kostet? Steht unten links. Ja, Mick. Ja, Mick. Genau. Die beste Waffen, die ihr lebt, ist. Alles so, scheiße teuer. Um da rüber zu kommen, auch wieder Shift-Links, ne? Dann habt ihr wieder die Türme. Ja, ich... Ich geh mal davon aus, es kommen wieder nicht so viele. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich geh hier fest. Woher hängst du fest? Was denn? Ich hab mich eingebaut. Drück einmal Tabular-Taste und dann zoom die... ähm, beam dich weg. Wo wollen die eigentlich hinlaufen? Ich seh ja den... Mal gucken, wo laufen die nicht hier hin? Die gelbe Linie. Okay. Gut, wir sollen hier rumrennen und dann nach da oben. Denk dran, dass wir irgendwo jetzt noch Luftabwehr brauchen, ne? Die fliegen straight durch, hä? Gerade. Ja. Ja, also wir müssen die am Tor anbauen, in Endeffekt. Binden da, wo die Kugel-Leuchte-Kugel ist. Direkt davor bauen, oder was? Ich komme gar nicht mehr durch. Hallo, hallo. Direkt vor der Kugel Luftabwehr bauen, oder was? Ja, ja. Machst du das? Wo ist denn die Kugel? Wo ist unsere Kugel? Siehst du die Pfeile? Ah, ich geh mal einfach hier in den Orangen drüber. Da hinten sehe ich... Unten sehen wir auch immer, was wir kriegen. So, ganz unten rechts, ne? Jetzt kommen... Da ist ne Kugel. Ah, ich nehm mal, die Kugel ist irgendwie wichtig. Weil, äh, da wollen die hin. So, die, die zwei Blöcke, hau mal Dings rein. Abwehr. So, Luft. 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 10? Ich wollte eigentlich verkaufen. Die anderen wird hier auch. Kann ja... Gibt's hier keine Hinweise? Kann ich abgraden. Ich hab nur noch 24 Dacken. Warte, drück, 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 drück. Geh hin und drück. Ich mache es dir ein bisschen Geld an zu. Wo ist es jetzt? Wickt schon wieder. Ach, kann man hier seine Kameraten nicht erschießen? Was? Fails, du hast 170, äh, Punkte. Was? Ja, mach mal irgendwo was. Irgendwas aufwerten oder irgendwie sowas in der Art. Hier, Fails hat auch noch hier Raketen-Dinger. Äh. Fails. Können wir irgendwo rennen oder geht das nur mit, äh, springen? Geht nur mit springen. Ist auch, äh, ähm. Uh. Das ist immer noch leer. Weißt du, wie das geht, Fails? Nee. Mit dem Mausrad drehen, dann siehst du auf der linken Seite, was du hast. Dann sehe ich da wahrscheinlich Telelift, äh, Gatling, Blitz. Erstmal musst du Enter drücken. Ja, wenn du Enter drückst, dann bist du bereit. Ja, war ja bereit. Ja, jetzt sehe ich Telelift und Gatling. Ah, genau, genau. Irgendwo ist, ist was mit, äh, Abwehr. Äh, so Luftabwehr. Ja. Ja, wo stellen wir uns am besten hin? Da, wo wir vorhin standen? Ja, genau, da war wir vorhin standen. Warum läuft der jetzt denn so beschissen? Wer hat das denn so beschissen umgeleitet hier, hä? Ich hab die da unten durchgeleitet, erst mal. Wer hat denn das jetzt gemacht? Warum das? Mach doch den Blick der nicht weg. Wir müssen doch hier durchkommen. Sonst laufen die die andere Richtung. Oh, ne, die sollen hier oben. Ich hab mir nicht runtergefallen. Oben ist doch ein längerer Weg. Die sollen da oben lang spielen. Steht ja eine Turm hier aber blöd, ne? Ich hab das nicht umsonst gemacht, so. Hi, ich find das klasse, wenn wir in so'n Spiel spielen, wo jeder weiß, was man machen muss. Ich weiß gar nicht. Ich auch nicht. Ich mach immer das, was man mir gerade sagt. Ja, hier steht einer noch. Wir sollen da hinten durchgehen. Also, ich stell mich, glaub ich, irgendwo hin. Warte mal kurz, dann kann ich hier nämlich was. Das ist super so. Gehen da rumrum, dann machen wir die Brücke noch zu. Und dann müssen die da oben durch das dicke Feld durch. Da können wir wohl bauen. Weißt du? Die alle bis rumstehen, ja. Mick, du bist grün. Ja, ich bin grün. Du bist orange, du hast meine Farbe geklaut. Ich bin orange. Ja, sag dir, du hast meine Farbe geklaut. Nee, meine Farbe. Nee, meine. Ich bin halber Holländer. Seht mich. Dann bist du grün. Oh man, je. Geh, Mama. Ich bin nicht zum Glück, Mama. Klasse. Ah. Ich komm zu euch. Hinterdrücken, wer fertig ist. Ja, ich brauch erstmal eine Position. Schöne. Tschöne. Tschöne. Ach, schütte, war doch Chemie. Tschöne. 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 Ich bin der PS-Meister. Ich hole jetzt hier Verstärkenboden an Anfangs. Ich habe nur einen getroffen. Warum kriegt denn so viel Schweinegeld? Darum wegen deiner Dings. Also wenn ich jetzt, habe ich das richtig verstanden? Wenn ich jetzt da, wo der Weg ist, einen Block hinten setze, dann wird das umgeleitet, oder was? Ja, wenn Platz ist. Oh, auf dem Platz ist dann wirklich umgeleitet. Also dann denke ich mal, es ist sinnvoll, dass ich hier oben mal was hinstelle. Wie gesagt, ein bisschen an der Base wegen Luftscheiße. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die fliegen wirklich straight. Die fliegen einmal so über den Hügel rüber, und dann kommen die direkt darauf zu. Ich nehme es mal hier noch ein paar Mal auf. Nice. Du brauchst schon mal hier Blöcke hin, ja? Da ist noch nichts drin. Wo musst du Blöcke hin? Wo willst du Blöcke hinbauen? Nee, komm mit, komm mit, komm mit, hier. So ein paar Blöcke machen. Oben ist fertig. Mit Blöcken. Mach halt, äh... Da kannst du auch Upgrade machen können, ja? Also die Dinger bringen echt arschviel. FACE! F**k mir nicht! Du kannst dir überall noch Terme reinbauen, oder die Upgraden, die Terme... Ah nee, du hast ja kein Geld mehr. Was hast du hier gebaut? Ich hab Upgrade einmal gedrückt. Flugabwehr, und so es folgt. Achso, okay. Ich bin dran, eure Waffen so ein bisschen Upgraden nach und nach. Oh, ich bin auf drei, die Stump ist so da. Ich bin da doof gesprungen, ey. Boah, Upgrade 100, ich hab aber nur 75. Na, nächste Runde dann. 200. Oh, ich kann den Gefrierbeutel hier. Bringt der was? Den kann ich Upgrade nicht. Nee, boah. Ja, wenn du ganz stille Leute hast, ne, und du befrierst die einmal richtig da, wo Türme sind, das ist nicht schlecht, aber, ne, wie gesagt, ne. Bringt nix. Habt recht. Komm, dann bin ich bereit. Enter, drück'n FACE. Jetzt sind die jetzt entgegen. Okay. Watt. Wenn die noch nicht entgegen. Lass mich da! Lass mich da! Lass mich da! Untertitelung des ZDF, 2020